weiter geht's mit einer neuen folge ghost weekend breakpoint wir machen jetzt weiter mit der hauptstorie und die befindet sich dahinten da fahren wir jetzt mit dem schiff hin beziehungsweise mit einem bildchen ja mal gucken was uns da so erlaubt und dann würde ich nur sagen gehen wir dahin let's go wie kann ich eigentlich wasser trinken das geht gar nicht mehr also hier haben wir das öffnen mütze die pizze macht unsere rüstungsstärke auch ein bisschen witzig finde ich oder kurz mal hier rühen eine mk 17 tun sie uns nichts bitte ich tue ihnen nichts märz schickt mich sie sind selbstversorger naja ich ich arbeite für skaltech märz ist ein freund als sentinel anfing leute zu verhaften hat er uns geholfen warum schickt er sie ein helikopter kam von einem marineschiff das ein paar kilometer vor der küste liegt ich kann die boote zu diesem schiff bringen und mit verstärkung zurückkommen klingt auf jeden fall besser als mit dem boot bis nach ockland zu fahren was ist mit dem heli das muss ich noch rausfinden haben sie ihn verloren ja maurice fox und meine tochter harmony freut mich sehr ich bin nomad wissen sie da war noch ein soldat er sagte sein name wäre hill josiah hill ist er hier nein er half uns den männern von sentinel zu entgehen aber er wurde verletzt nicht sehr schwer wir ließen ihn bei diesem fischerei gebäude links da ich glaube ich weiß was sie meinen ich hole ihn ab wenn ich zurückkomme jetzt kommt es heftig noch oder das sind doch drohen oder scheiße mehr von denen alle in deckung hier nachdem fang kontakt wir wurden vom fein entdeckt feuer fein getroffen fein getroffen fein getroffen fein getroffen gebet 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 erwischt fein getroffen ich sehe einen ausgedrückt jetzt haben wir alle geschafft gut hier war doch irgendwie ein bisschen xp ich möchte rein danke sprechen sie mit fox das machen wir jetzt mehr feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet was zum teufel war das einen moment diese leute das muss eine ein neues sicherheitsprogramm sein was für eine riesen scheiße ich schätze ich schätze nichts kann diese insel betreten oder verlassen solange es aktiv ist das muss auch den heli abgeschossen haben ich will nach hause ich auch meine kleine hören sie helfen sie diesen leuten und bringen sie hier weg was niemand wird sie retten es ist kein krankenwagen unterwegs sie müssen fliehen sie müssen nach erwan ok ja kommen sie mit uns ich suche meinen freund her das fischereigebäude war ein rückzugspunkt vielleicht sind dort noch mehr soldaten viel glück viel glück wie oft höre ich den satz in diesem spiel viel glück gut mission abgeschlossen jetzt gehen wir immer auf die karte ja hier haben wir noch einen neuen auftrag und hier halt aber der hier wird extrem schwer werden der ist extrem schwer dieser aufsatz so wir haben glaube ich neue fertigkeiten wurde hier mit neue handschuhe der macht das sind weniger so wir hier ok so wir hier ähm das sind wir schon sind wir hier sind wir hier ah genau ein paar Punkte was ist das hier gut das hätten wir ähm wie spät ist das jetzt kann ich das eigentlich sehen in der Karte ne kann ich nicht so mein Teammitglied kann ich das eigentlich noch mal ändern also kann ich da jetzt Waffen oder so anpassen und mal Team Kampfdrohne äh wo ist denn mein Team hier oder kann ich denen jetzt neue Waffen geben also ich hier zum Beispiel hier das war jetzt Beispiel jetzt anpassen ne kann ich nicht ich kann hier keine ah doch hier ne es geht nicht wie kann ich ihr denn jetzt Waffen geben ich kann dir keine Waffen geben finde ich schon ein bisschen schade kann ich nicht wenn ihr wisst wie das geht dann schreibt es gerne mal in die Kommentare das finde ich jetzt schon ein bisschen schade dass ich ihr da keine Waffen geben kann naja Sonde geht weit unter würde ich sagen gehen wir jetzt die Nebenmission hier an weil die wird schwer die wird richtig schwer werden das werdet ihr auch gleich sehen wieso das ist richtig schwer werden wird wir müssen da gleich irgendwie ein Weg rein finden das hier wird richtig schwer werden das sind so viele das wisst ihr das glaubt ihr gar nicht so Leiter bitte benutzen das ist ja auch schon ein bisschen schade das ist ja auch schon ein bisschen schade ich wollte auch nicht ganz gerne eine drohne ich stelle gut gemacht hallo Also, ich möchte hier gerne raus. Ähm, da. Ich sehe einen Scharfschutz. Gegner lokalisieren, da. Ich mache jetzt mal schnell auf. Neun. Hier sind Feinde, bereit machen! Aufpassen, die sind in der Aufermeitschaft. Nein, kommt ohne aktiv. Mehr Feuerkraft ist immer gut. Kontakt, habe den Feind im Weg. Dann war es los. Brücke vor, habt den Feind im Weg. Der Scharfschutz kann einen Moment schießen. Lichtwontakt. Drückt ab. Er geht einfach nicht raus, diese Steuerung. Weiter. Der ist tot. Feind am Boden. Feindlicher Sniper ist tot. Der hat durchsperrt. Wohne abgeschaltet. Mann, wäre auch zu schön gewesen. Feind gesichtet. Da! Okay. Du hast Geheimnisse von mir? Sonst weiß ich nichts. Bitte lass mich gehen! Wir wissen nicht, dass wir nicht da sind. Okay. 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 also schwebe die Ich hab den Weitereck da. Wir haben den Sechtern. Für das Sechtern oder was? Hm. Nein! Ah! Ein Cyper zielt auf uns! Ein Identifizierter. So, mach's weiter! Lone ist Kampfbereit! Ich muss mich halten! So ein Welcher! Ich muss jetzt hinterher! Schnellgewicht am Boden! Nicht von Kachnab! Wenn ich zu links muss! Scheiße, der Snyder drückt gleich was! Sei es los! Vorsicht, Dorsten! Guck dir das echt hoch! Das ist treffliche Musik! Ich seh' einen Charmschütz! Ich seh' einen Charmschütz! Wir sind gleich am Ende, glaube ich! Die Entdeckung! Bälle auf! Kein Job mehr! Lone ist ausgeschaltet! Gerade wenn man sie mal brauchen kann! Gegner! Klar! Feuer frei! Los jetzt! Los! Die Entdeckung! So lang zu vorn muss verarztet werden! Runter! Geschöpftot! Jetzt los! Geh' dich leider tot! Keine Bühne mehr! Den hab' ich! Bezieh' dich! Bezieh' deine Bühne jetzt! Schwergewicht am Boden! Scharfschütz, er geht zum Visier! Feuer! Feuer! Der ist tot! Ich seh' dich! Ich sehe ein Sniper, der gleich schießt! Voll getroffen! Höh' dich! Der ist tot! Was ist tot! Das war... Der hat mich da rum! Der ist tot! Okay, leider! Erlений! Das Ding ist, ich hab' halt keine Muni. ich greife an was scheiße holt euch die wichser niemand überlebt uns vertraute nein ich dachte jetzt nicht dass das doch einer kommt meine teamkameraden retten mich aber ich hab nicht gewusst dass da jetzt noch einer kommt sag ich euch so wie es ist ich danke dir erstmal kurz heilen äh so heilen gute mission abgeschlossen sehr schön ich muss jetzt mal ein bisschen reinkommen dieses geld aber ich denke mal das wird oder das was soll der hier oben was dann würde ich sagen bis zum nächsten mal mp7 dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal tschau 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 tschau